Bevor der Winter kommt, sollten wir unseren Garten winterfest machen. Wir verraten euch die 6 besten Tipps, worauf es wirklich ankommt. 1. Laub entfernen, Rasen mähen und düngen Im Herbst solltet ihr eure Rasenfläche regelmäßig von Laub befreien, damit der Rasen genug Sauerstoff bekommt und keine Fäulnis entstehen kann. Legt mit dem gesammelten Laub Laubhaufen an, darin finden Igel und andere Tiere Schutz. Vor Einbruch des Winters solltet ihr euren Rasen zudem noch ein letztes Mal mähen und düngen, damit er perfekt auf die kalte Jahreszeit vorbereitet ist. 2. Bäume und Sträucher zurückschneiden Abgestorbene Äste oder faule Stellen könnt ihr ohne Blätter besonders gut erkennen und einfach entfernen. Das fördert das Wachstum der Pflanzen und gibt ihnen zusätzliche Kraft für den neuen Austrieb. 3. Pflanzen vor Kälte schützen Alle nicht-winterharten Pflanzen sollten in der kalten Jahreszeit reingeholt werden. Unempfindliche Kübelpflanzen könnt ihr mit Luftpolsterfolie ummanteln und sie dann an eine schützende Hauswand stellen. 4. Wasser abstellen und Tonnen leeren Das Wasser sollte den Winter über im gesamten Garten abgestellt werden, denn ein Schlauch aus Kunststoff kann durch den Temperaturwechsel und Frost spröde werden. Auch Tonnen und Gießkannen unbedingt ausschütten und trocken stellen. 5. Empfindliche Möbel und Grill abdecken Nur wenige Möbel sind wirklich winterfest. Damit sie im nächsten Frühjahr noch genauso schön sind, solltet ihr sie im Keller unterstellen oder sie abdecken. Das gilt auch für den Grill. Und last but not least 6. Futterstellen für Singvögel aufstellen Denkt auch im Winter an die Vögel, denn jetzt finden sie besonders schwer Nahrung. Futter-Silos sind in der kalten Jahreszeit besonders sinnvoll, da die Nahrung so gegen Schnee, Wind und Regen geschützt wird. So will man sehen! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!